Musik Hilf, dass sie nach deinem Gesetzen fragen und Symbole der Menschen handeln. Herr, wir bitten dich für die Familien in unserem Land. Schenk ihnen Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis aller Ehen und hilf den Partnern, in schwierigen Zeiten auch beieinander zu bleiben. Bitte stehe auch allen jenen Christen bei, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Stärke ihren Glauben und schenke ihnen Standhaftigkeit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hallo, brothers and sisters in Europe. Und all prayer people in Europe. Und ich bin so dankbar, dass wir starten dieses Prayer und Fasting für Europa. Und Sie wissen, dass wir wirklich viele Antworten auf die Prayer. Und jetzt haben wir den Bico-Bibel für Spanien. Es ist wirklich jetzt möglich, dass wir jetzt die letzte Prüfer-Writte machen. Und wir sind so glücklich für das. Und du hast gebeten für David. David ist wirklich mit dem Graphic-Layout. Und wir können wirklich sehen, dass die Prayer funktioniert sehr gut. Und jetzt sage ich euch, alle Bikers, bitte 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 jetzt. Für die 10,000 wir werden die Bico-Bibel für Spanien. Und wir werden auch die Metall-Bibel für Spanien. 10,000 Kopie also für Spanien. Und wir müssen wirklich jetzt, dass wir bitte bitte jetzt. Und wir brauchen die Sponsoren für das. Und ich danke euch, Leute, für das, was ihr bereits gebt. Aber wir brauchen mehr Finanzierung für dieses Projekt. Ich sage euch, bitte bitte, wir brauchen 10,000 Euro für die Bico-Bibel. Und ich denke auch 10,000 Euro für die Metall-Bibel für Spanien. Und wir können sehen, dass diese Bibel, viele Menschen, die diese Bibel und die Bibel sind und sind gebt. Wir können auch sehen, dass in der Präsenz, wir können sehen, dass in den Biker-Biker-Meetings, dass diese Bibel wirklich ist wirklich. Die Testimonyen wir haben, ist sehr gut. Und die Leute wirklich lieben diese Bibel. So, bitte, hilf uns jetzt. Ich sage euch, in den verschiedenen Clubs, und auch der Präsidenten von den Christian-Biker-Clubs, Sie können etwas geben für dieses Country, Spanien, gerade jetzt. Und ich denke, wenn du das machen, und auch deine Mitglieder in deinem Club geben, für dieses Projekt, das kann ein Wissen für viele Menschen geben. Und ich denke, wir fühlen, dass Gott uns gesprochen hat. Für drei Jahre, ein Mann kam zu uns, und er hat eine Prophete über Italien und Spanien. Er sagt, dass es zwei Hörsen rief, erst zu Italien, und dann zu Spanien, und dann zu Marokko. So, ich denke, wir sind in der historischen Zeit, der Holy Spirit spricht zu uns, und spricht zu viele von uns. Und ich denke, wir sind die Christian-Bikers, und auch der Präsidenten, wir sind sehr wichtig, Leute, jetzt für Europa zu stehen, zu stehen, um die Worte von Gott zu geben, zu geben, um die Worte von Gott zu den Menschen. So, ich sage, dass ich euch, dass ich euch, dass ich nachvolle, in den Fosten zu gehen, wir werden können, wir werden, in den Europa für Christen, wir werden, wir machen, und wir werden, wir werden, wir werden, eine Bibel Texte, oder einen Testemony, von Polen, And I think next week we'll have all the biker testimony for the Biker Bible for Poland too. So this Pray and Fasting we have now for my month. That will be very strong now. We are praying for my month for Spain. And the next month, June, we will pray for Ukraine. So we are, I'm so happy. So many people are standing together in this project to Pray and Fasting. And I'm really surprised. I'm really so happy to see that. And we will go on in the name of Jesus. Winning Europe for Christ. I will say that once again. Winning Europe for Christ. We are very important people, Christian bikers. Stand up and go on. And I think you will also get the vision in yourself. I think we are working together. We are not just one man. We are many men and standing up and we will pray. And when God spoke to you, what country you will take for him and his kingdom, please give some email and send something. We are looking for the next step to pray for you, July month. And now we really need to stand together and pray and fasting and also give money for the Biker Bible so we can print many Biker Bibles in Europe. I think in this year, we are close to half a million Bibles in 11 years. We are close to this thing. But my vision is to 1 million Biker Bibles for Europe. That is not so much when we know there are 700 million people in Europe. Okay, thank you very much, brothers and sisters. God bless you. And we stand together. Bye-bye. 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 Bye-bye.